Hallo, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Es ist Donnerstag Nachmittag. Ja, Nachmittag erst, aber wir fangen jetzt schon mit dem Essen vorbereiten an, weil ich für heute selbstgemachte Filmini geplant habe. Ja, wir haben auch Fleisch gerade gekauft, Isabelle und ich waren kurz bei Lidl und bei meiner Mama. Apropos meine Mama, wo ist die Schürze? Meine Mama hat mir für das Erste jetzt meine erste Schürze genäht mit einem bestimmten Namen drauf. Und das wollte ich euch zeigen. Es wird auf jeden Fall noch eine, jetzt ist in Arbeit, noch nicht bei meiner Mama, weil eine ganz, ganz bestimmte Person, eine ganz süße, kleine Person gerade doch noch dabei ist, die Muster für die Schürze zu entwickeln, zu zeichnen. Aber ich zeige euch jetzt erst mal die, die meine Mama mir jetzt so gemacht hat. Die finde ich voll süß. Kannst du auch fliegen, wenn du ein Fehl bist? Das ist meine neue Schürze. Hier steht Suppenfehl. Den Namen hat mir ein ganz, ganz besonderer Fan gegeben. Ja, und wie man sieht, hier ein Teller mit Suppe, ein Suppentopf, das ist eine Tasche. Und hier ein, ja, Kuchen, Muffin, ne, weil ich ja nicht nur Suppen kochen kann, ich backe auch und mache alles Mögliche. Aber vor allem hier, das hat meine Schwester dann halt gezeichnet, alles mehr oder weniger, und meine Mama hat das dann gesteckt. Und hier aber halt als Applikationen aus anderen Stoffen drauf gemacht. Ich finde die ganz süß. Und sie ist aus einem Stoff, den man abwaschen kann. Ne, also, das ist jetzt meine, ja, ich sag mal, ich brauche mehr als nur eine Schürze, deswegen, das ist jetzt eine Schürze und irgendwann mal, wenn es so weit ist, und die zweite fertig ist, zeige ich die euch natürlich auch. Ja, mir gefällt es auf jeden Fall. Der Name Suppenfehl, den hat mir ein Junge gegeben, der heißt Elias, ein süßer. Weil ich eben ganz viele Suppen koche, ne, und irgendwann mal hat sein, sein Vater hat mich zuerst abonniert, und dann hat er was geguckt, und dann meinte er das, was machst du da, wen guckst du denn da, und dann meinte Elias erst mal, ja, die Frau, die in den Suppentöpfen schwimmt. Das ist aber ein langer Name für mich. Ja, und der Junge, der hat mich dann Suppenfehl genannt, und jetzt begrüße ich mich, wir schreiben uns ganz oft, quasi täglich mehrmals, über Instagram, und dann heißt das immer, na Suppenfehl, wie geht's dir, und so. Und deswegen mein Name jetzt Suppenfehl. So, und die Suppenfehl hört jetzt auf zu quasseln, und zeigt euch, wie wir den Nudelteig machen. Für die Pelmenge, das ist nichts anderes als Nudelteigtaschen, die füllt mit Hackfleischmasse, ne. Und ich mache den Teig und lasse ihn kurz stehen, während wir dann uns um die Füllung kümmern. Aber, ja, los geht's. Wir brauchen den Knethacken, dann brauchen wir Wasser, wie viel habe ich denn jetzt, das sind bestimmt so 600 Milliliter Wasser, weil ich ein bisschen mehr Nudelteig machen möchte heute, und eventuell, und eventuell was einfrieren von den Pelmenge, wenn was übrig bleibt. Dann brauchen wir auf jeden Fall Salz, und nicht zu wenig, weil das ja salziger Teig sein soll. Also ich denke, so 1,5-2 Teelöffel habe ich jetzt auf jeden Fall, ne. Und Eier. Wie viele Eier nehme ich jetzt? 5. Oder 4. Ich habe jetzt gerade ein Rezept gesehen, da waren sogar 7 oder 8 Eier drin, ne. Ich nehme mal tatsächlich 5, und dann gucken wir, wie der Teig diesmal wird. Ich habe schon sehr lange keinen mehr gemacht, deswegen bitte ich ein bisschen um Nachsicht. Ja, und als erstes verrühren wir die ganzen nassen, flüssigen Zutaten mit diesem Schneebesen, geht einfacher. Irgendwas sitzt nicht richtig an die Schüssel. So, jetzt. Ja, das ist bei dieser Maschine, wenn was nicht richtig drin eingerastet ist, funktionieren sie nicht. Ja, und jetzt packen wir erstmal, auch mit dem Schneebesen halt, Nähl ein bisschen rein. Ich weiß nicht, wie viel genau wir brauchen, aber auf jeden Fall mindestens ein Kilo werden wir brauchen. Weil das ja ein guter Nudelteig werden muss, den man ausräumen kann, ne. Ja. So, und jetzt wechseln wir einfach mal hier aus. Und, ja wie ich schon sagte, mindestens eine Packung mit ein Kilo brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen auch nachher noch Mehl zum Ausrollen, und deswegen, ja, habe ich gleich hier zwei Pakete hingestellt. Ja, und jetzt knäten wir das Ganze einfach mal zusammen. Müssen wir den Rest einfach mal per Hand knäten. Weil man dann einfach ein besseres Gefühl hat für den Teig. Und deswegen gehen wir auf die andere Seite jetzt. Der Teig ist natürlich noch lange nicht fertig, der ist noch ziemlich klebrig. Und jetzt knete ich den einfach mal hier auf dem Tisch ein bisschen. Also wie gesagt, das ist ein Nudelteig, der soll nachher gut auszurollen sein. Und deswegen kneten wir den jetzt, damit er nicht zu klebrig ist, aber auch nicht zu fest. Und wenn er zu fest ist, dann ist er dann wie Gummi, ist auch nicht gut. Und das ist jetzt unser schöner Teig. Den lasse ich hier ein bisschen noch ruhen. Und ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn es an die Füllung geht. So ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, machen wir euch dann, bin ich hier jetzt an meinem Fleischwolf. Und ich habe jetzt hier fünf Zwiebeln. Und irgendwo da unten befinden sich ein paar Zehnknoblauch. Das ist auch alles, was wir jetzt noch neben Hackfleisch brauchen für die Pilmini. Und jetzt lasse ich das Ganze hier mal einfach so viel Fleischwolf drauf. Je mehr Zwiebeln, desto saftiger werden die Dinger dann. Ich überlege gerade sogar, ob ich nicht noch eine Zwiebel fertig mache. Ich glaube, ich nehme noch eine. Also sechs Zwiebeln jetzt bitte. Ja, und diese Menge an Zwiebeln kommt gleich einfach mal in das Hackfleisch rein. So ihr Lieben, hier habe ich jetzt ein bisschen mehr als ein Kilo Rinderhackfleisch, ich denke mal so 1200 vielleicht Gramm. Ich habe jetzt vorsichtshalber ein bisschen mehr genommen. Für den Fall, ja zur Not kann ich damit auch was anderes machen. Und natürlich brauchen wir auf jeden Fall Salz und Pfeffer. Mehr brauchen wir auch nicht. Das ist jetzt die ganze Füllung für Pilmini. Ja, und das Ganze muss jetzt einfach mal vermengt werden. Also ich habe jetzt Rinderhackfleisch. Ihr könnt natürlich Hackfleisch nehmen, was ihr gerne esst. Ihr wisst, wir essen kein Schwein. Deswegen kommt hier sowas bei uns natürlich nicht in Frage. So, die Füllung haben wir jetzt fertig. Und jetzt muss ich mich gleich um den Teig kümmern. So, hier ist unser Nudelteig. Und jetzt hole ich ihn erstmal raus. Und jetzt überlege ich, ich glaube ich packe erstmal ein Teil weg. Sonst wird es mir viel zu groß auf dem Tisch. Wir machen mal ein bisschen was in die Schüssel wieder zurück. Zack. Genau. Und jetzt heißt es ausrollen. Immer darauf achten, dass es nicht klebt. Logischerweise weder am Tisch noch an der Rolle. Das heißt, vor allem am Tisch ist es ein bisschen doof, wenn es klebt. Und jetzt wird es einfach ausgerollt. So dünn wie es nur geht. Es muss auf jeden Fall so, ich weiß nicht, maximal denke ich mal drei Millimeter. Zwei am besten so, ne? So. Ihr seht, ne? Also der Teig ist ziemlich dünn ausgerollt. Wenn er zu dick ist, dann ist das nicht ganz so schlimm. Und jetzt nehmen wir entweder ein Glas oder eine Ausstechform für Plätzchen und machen solche Dinger. So, ihr Lieben. Jetzt werde ich hier zeigen. Dieser Person setzt du dich da hin am besten. Oder in die Mitte von dem Tisch, ist egal. Ich hatte jetzt hier drei Haufen, so mal ausgedrückte Teigteile. Und ich zeige einfach mal, wie es geht. Also einmal, Moment, näher ran, denke ich mal. Genau. So könnt ihr das besser sehen, auch wenn ihr mich dann nicht sehen könnt. Wir brauchen ein Teig und dann Hackfleischfüllung und dann einfach in der Mitte zusammenklappen. Einmal gut, richtig gut den Rand andrücken und dann diesen Halbmond nochmal an den Enden, zack, zusammenkleben. Und so sehen die aus. Ich zeige jetzt nochmal. Ihr könnt mitmachen, genau. Damit ich sehen kann, ob ihr das richtig macht. Einmal nicht zu viel Fleisch. Das muss gut reinpassen. Ja, in die Mitte gut reinmachen, dann zusammenklappen, gut andrücken und die Enden nehmen, diese Öhrchen hier und zusammen unten kleben. Und so sieht ein Pilmini aus. Und dann nicht zu nah aneinander bitte auf dem Brett hinlegen, sonst kleben die aneinander. Ich gucke gleich, was du da treibst. Er sieht so aus. Ja, ungefähr so, aber man muss ein bisschen besser zumachen. Die müssen nicht schön sein, die müssen am Ende schmecken. Ja. Und jetzt geht die Familienbastelstunde los. Ja, das schön sieht anders aus. Naja, besser ist der erste auf jeden Fall schon mal. Ich habe ein bisschen weniger Fleisch genommen. Sehr gut andrücken, die Ränder, damit das nachher beim Kochen nicht rausfällt. Sonst haben wir wieder einen Lappen Teig. Darf ich auch eine Kugel machen? Schmecke, schwimmen und dann... Es muss eine Kugel geben, ich mache die Kugel. Ein Stückchen Fleisch getrennt, schwimmen, das ist doof. Tada! I'm flying high, but I got a feeling I'm falling, falling for nobody else but you. Isabel hat gerade gezählt. Es sind 169 Stück. Mal so zum Vergleich. Ist klar, die Kinder machen das zum ersten Mal. Ich habe es schon ein paar Mal gemacht. Das sind jetzt meine. Und diese sind zum Beispiel von Raphael. Sie sehen gar nicht so schlecht aus. Hauptsache sie schmecken. Isabel hat auch mal gemacht. Ich habe jetzt hier schon mal das Wasser gesalzen und aufgestellt. Die werden wie Nudeln ganz normal in Salzwasser gekocht. Und hier mache ich jetzt die Soße. Ach ja, ein bisschen Hackfleisch ist übrig geblieben. Ich habe jetzt schon ein Ei reingeschlagen. Daraus mache ich gleich einfach mal ein paar Frikadellen. Ja und in die Soße kommt eigentlich nur Butter, Schmand, Salz und Pfeffer. Mehr nicht. Man kann es natürlich auch mit nur Schmand essen. Keine Ahnung. Manche essen mit Brühe. Die Butter muss jetzt mal geschmolzen werden und dann kommt der Schmand rein. Ich mache meistens einfach gleich Schmand rein, weil die Butter sonst immer so blubbert. Salz. Und Pfeffer. Ich glaube nicht, dass ich heute alle 169 Pilmini brauchen werde. Ich werde ein Teil davon gleich einfach machen. Einfrieren. Ja, erstmal so auf dem Brett. Für eine halbe Stunde oder so. Und wenn sie leicht angefroren sind, kommen die einfach in eine Tüte rein. Ja, die Soße hat es natürlich in sich. Deswegen nehme ich auch davon immer ganz wenig. Aber ich denke, einmal halb im halben Jahr oder so, wenn wir Pilmeni mal machen tatsächlich, werde ich es überleben, denke ich. Und was übrig bleibt, wird morgen angebraten. Ich liebe angebratene Pilmeni oder Wareniki. Immer total lecker. Wenn sie so knusprig sind. Man kann da natürlich auch Kräuter reinmachen, wer mag. So, das Wasser kocht jetzt. Also kommen die Pilmeni schon mal rein. Achso, und da brate ich schon mal den übrig gebliebenen Hack des Kackfleisch für Frikadellen. Dann habe ich noch ein bisschen noch ein Ei und Paniermehl rein getan. Und dann ist das gut. Ja, und wie gesagt, inzwischen drücken wir wieder mal vom Boden. Vorsichtig heben, damit sie nicht dran fehlen. Mal gucken, wie viel ich jetzt genau habe. Ich denke, die Hälfte reicht uns heute fürs Abendessen, den Rest kommt gleich an. Und wenn sie oben schwimmen, brauchen sie noch so 4-5 Minuten, denke ich. Dann ist nämlich der Teig schon fertig. Muss nur noch das Hackfleisch ein bisschen durchgegart werden und dann sind sie fertig. So ihr Lieben, die sind fertig. Ich habe hier noch ein bisschen Tomatensalat gemacht. Ja, das ist jetzt die Menge erstmal. Es haben nicht alle in den Gefrierschrank gepasst zum Einfrieren. Also drei Bretter habe ich jetzt reingepackt. Und den Rest koche ich, den braten wir halt morgen an. Und dann, je nachdem wie viel bleibt, ist es dann zum Fastfood-Freitag. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, Daumen hoch, abonnieren wir Marc, auf die Glocke klicken, dann verpasst ihr auch kein neues Video von mir. Ich glaube, den Text kennt ihr alle schon auswendig. Ja, hier, so habe ich gar nicht gezeigt, aus dem Rest Hackfleisch habe ich ein paar Frikadellchen gemacht. Die kann man so zwischendurch snacken. Ja, und wir werden jetzt einfach mal essen. Und danach, ja, hier ein bisschen aufräumen, wie immer. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss ihr Lieben.